Hallihallo und Herzlich Willkommen zum 25. Knall von Paper Mario und die Legende vom Erhundentor. Mein Name ist Sig26. Es wird wieder düster heute, das verspreche ich euch definitiv. Wir heilen uns nochmal für 10 Münzen. Einfach zur Sicherheit. Und es ist meistens schlechtes Zeichen, wenn irgendwo ein Speicherblock vorsteht. Das ist meistens schlechtes Zeichen. Ich kämpfe gegen dich, wenn du mir Sternpunkte gibst. Ist das ein Deal? Oh. Das wollte ich so nicht. Ist das ein Deal? Können wir das machen? Ich habe mich noch nicht gescannt. Ein Käfer. Ein ganz normaler Käfer. Das ist ein Käfer. Käfer sind zwar niedlich, aber fies. Maximal Kapitel 5, Angriffskraft 3, Verteidigung 4. Feuerattacken sind gegen diese Dickköpfe nicht sehr wirkungsvoll. Aber wenn du sie auf den Rücken legst, fällt ihre Verteidigung auf 0. Kippsio Mario. Zeige ihnen die Wirkung deiner Sprungattacken. Ist mir übrigens im letzten Part schon aufgefallen. Die Gegner sind extrem stark. Und wir sind erst in Kapitel 4. Und nein, sie geben nicht wirklich Sternpunkter. Hier ist doch eine Öffnung, oder? Oder sieht das nur so aus? Wir gehen mal rechts durch. Holy Shit! Okay, ich muss Sprunge ansetzen. Mach mal. Hat mein Swimdrainer auch nicht schlecht, tatsächlich. Das wird ein krasser Überfall, tatsächlich. Wir müssen direkt springen. Ich glaub, sie kommen nicht zu uns. Das ist gut. Aber das ist schade, weil das trifft nicht. Ich hätt' Erdbeben einsetzen sollen. Das war doof. Wir machen mal einen zweiten kaputt. Könnte ich die Contern eigentlich? Kann ich, ja. Ich muss App eben einsetzen. Dann können sie nicht angreifen. Ja, war nicht gut, aber... Irgendwie habe ich das Gefühl, die Sparblüte lohnt sich nur so minimal. Was irgendwie sehr bedenklich ist, tatsächlich. Also hier gibt ja auch noch eine Sparblüte für den Partner. Ich weiß nicht, ob ich dann sowieso einfach mehr auf BP gehen soll. Also noch mehr Blümpunkte, was wir sowieso machen werden. Oh, Mist. Sie kommen doch bis zu uns. Uh, die haben einen Stachel. Das ist nicht so gut. Aber ich glaube, auch die können wir auf den... Kopf legen. Also einfach mit dem Stachel. Jetzt sind sie sogar noch eingefroren. Die ganze Bühne fällt auseinander. Dann greifen wir zuerst einen hintereinander. Ja gut, die geben auch immerhin noch einen. Sternpunkt pro Gegner. Da bin ich in den Gegner reingelaufen, was auch etwas seltsam ist. Oh, den Peaks Goomba muss ich eigentlich noch scannen. Sehe ich gerade. Äh, Peaks Goomba. Den Peaks Käfer. Aua. Kannst du mal scannen, bitte? Hab ich vergessen. Das ist ein Pickelkäfer. Pickelkäfer tragen Stacheln auf ihren Köpfen. Maximale 5, 3, 4. Ebenso wie Käfer sind sie sehr hart. Feuertagen haben absolut keine Wirkung. Aber wenn du sie umkippst, fällt ihre Verteidigung auf 0 und du kannst angreifen. Aber wegen der Stacheln sind Sprungertagen nicht ganz einfach. Ja, das stimmt. Aber ich setze auch mein Erdbeben ein, ne? Wir haben ja die BP. Und der Orden kostet jetzt nicht mehr 3, sondern nur 2. Von daher lohnt sich das schon. Irgendwie. Ja, aber die Sternpunkte. Meine Güte. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, wie viele sind das noch? Das ist nur einer. Aha, Wasser. Ich hoffe, du fühlst dich erfrischt. Ich will dir aber leider nichts bringen, tatsächlich. Okay. Das Geld möchte ich dann gerne haben, ne? Gut, dann greifen wir so an. Dann müssen wir keinen Erdbeben einsetzen. Kann Gubrina den anderen angreifen. Blü-dü. Blütenpunkte erhöhen wär auch schön, ne? Ja. Also, wieder maximieren. Du-dü-dü-dü-dü. Okay. Geh mir die Kohle, bitte. Ich habe, glaube ich, eh das meiste schon eingesetzt. In Ordnung. Mein Orkansprung. Bei richtiger Ahnung trifft Mario auch seine Luftgegner. Hier komme ich, habe ich nicht durch, oder? Kann ich das aufschlagen vielleicht? Schade. Oh, ich kann's schieben. Zum Glück habe ich's ausprobiert. Ob mir das was bringt? Naja, ich weiß, äh, okay. Ja. Es bringt mir schon was. Aber noch nicht jetzt. Gut, das Toil ist offen. Hm. Hier sieht alles ein bisschen verdächtig aus, ne? Können wir mal rein. Uh, schönes Schloss. Ein Sinier, von denen haben wir, äh, mega viel. Ein Orden. Eichschlag. Hier ist auch ein Eichschlag, ein Orden drin. Ein Kochbuch, ein altes Kochbuch, offensichtlich von R. Näh. Diese Wortwitze immer. Er ernährt mich, ne? Ernährer. Ist gut, ne? Geben wir den... Können wir den Omelette... Nicht Omelette, sondern Raclette geben. Auch immer noch cooler Name, Raclette. Boah. Ich muss, glaube ich, nachher mal an mein Fenster zu machen. Auch wenn... Meine Freunde sind verschwunden. Ich bin so traurig. Ähm, okay. Ich komme hier nicht rein, ne? Okay, schade. Ja, du bist einsam, aber es tut mir leid. Ja, das können wir auf jeden Fall drücken, glaube ich. Sag mal, gut am Boden! Arona, ich brauche dich. Kannst du mal die Wand wegpusten? Oh. Okay. Okay. Aha. Sehr schön. Die Sparblüte. Perfekt. Wir kriegen noch eine. Können wir sie noch günstiger machen? Haha. Ja, die kann man wirklich stacken, tatsächlich. Das sieht irgendwie auch gruselig aus. Oh, was ist das für eine Kiste? Da müssen wir sie aufmachen. Na, hast du gut aufgepasst? Dann kannst du mir bestimmt sagen, wie viele Geister aus der Kiste gekommen sind. Ich würde sagen, das waren 100. Leider daneben richtig wäre 200 gewesen. Aber du tust mir leid. Hier ist dein Trostpreis. Bis bald. Was hätten wir bekommen, wenn wir richtig gehabt hätten? Hätte er wahrscheinlich gesagt, es seien 100 gewesen. Die Tür ist von innen verschlossen. Okay. Wir haben jetzt die Geister befreit, aber wir wissen eigentlich... Wir haben also überhaupt gar keinen Anhaltspunkt in diesem Kapitel, ne? So null. Also der Geist ist jetzt nicht... Hallo? Willst du mich etwa ärgern? Ich weiß nicht, nicht ärgern. Wirklich? Haus mit dir. Wir gehen einfach mal hier rein. Hier sind sie nicht. Oh, Flapflaps. Ich glaube, sie heißen Flapflapp. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber. Ich scan sie mal. Gumprina weiß... Swooper heißen sie. Nicht Flapflap. Warmflapflap. Nicht der alte Name? Oder vermess ich das mit dem Mario Gegner. Also Super Mario World oder so. Das ist ein Swooper. Swooper heißen so, wenn sie im Sturzflug angreifen. Ein treffender Name. Genau ins Schwarze. Aber abgesehen davon, diese Wurmer sind ernstzunehmende Gegner. Maximal KP6, Angriff auf 3. Das ist aber eher wieder ein schwächerer Gegner. Sie lieben es anscheinend an der Decke zu hängen. Wenn du ihnen Schaden zufügst, lösen sie sich von der Decke. Und dann kannst du sie endlich angreifen. Ich glaube aber, soweit ich weiß, kann ich den Oberen gar nicht angreifen an der Decke. Auch wenn ich jetzt durch die Drecke springe. Das muss nicht logisch sein. Ja, ich kann nicht so viel machen. Mit ihr kann ich nichts machen. Ich kann aber, glaube ich, mit einem Erdbeben... Kann ich... Kann ich ihn von der Decke holen, glaube ich. Oh, komm runter da. Danke. Aha. Wir greifen so langsam an, das ist irgendwie etwas komisch. Kopfnuss. Kopfnuss aufs Nüsschen. Danke für die Verdoppelung. Da habe ich jetzt einen neuen Highscore in diesem Kapitel. Wahnsinn. Vier Punkte. Sind schon lange in diesem Kapitel, ne? Ich weiß nicht, dass das Kämpfen lohnt sich eigentlich irgendwie. Ja, aktuell einfach nicht. Was auch immer genau passiert. Einfach Knäpfe drücken ist immer eine Lösung. Aha. Ich weiß, glaube ich schon, was passiert ist. Tatsächlich. Wir haben die Treppe verschoben. Ich glaube, hier dürfen wir nicht so lange sein, glaube ich. Yoshi. Trash bitte. Oh. Das war ein schlechter Versuch tatsächlich. Das war ein schlechter Versuch tatsächlich. Ich weiß nicht, ob die Schaden machen oder so. Eigentlich müssten wir die Gegner schon herausfordern, weil es könnte ja sein, dass ein Untergegner, also eine Unterkategorie da mitmacht. Und da müssen wir ihn ja scannen. Aber so macht es gerade irgendwie nicht so viel Spaß. Trash, du bist schneller als die... Oh, who's? Abtei-Schlüssel. Sehr gut. Dann gehen wir mal diese Tür her. Äh, nicht Erona. Brina. Wir greifen mal noch einmal einen an, weil vielleicht kommt wirklich noch ein anderer Gegner. Nee, kommt doch nicht. Machen wir einmal Erdbeben. Trifft zwar nur den einen, aber ist egal. Dann ist er wenigstens wach. Aua. Auf den... mit dem Pilz. Schade, volle Blütenpunkte hätte ich sehr gerne genommen. Du siehst nie, welcher... welcher Charakter jetzt angegriffen wird, ne? Zwei Sternpunkte für Kevin. Ach, komm. Hast du was cooles? Hast du noch irgendeinen netten Kumpane und so? Nicht wirklich. Schade. Wecken wir sie mal. Also, Verteidigung funktioniert heute suboptimal, würde ich sagen. Oder semi-geil. Semi-gut. Greif noch irgendwie meinen Partner an. Ich drücke vorher B. Du doofer Fledermaus, du. Danke für zwei Sternpunkte. Unser Fortschritt in diesem Bereich ist Wahnsinn. Sinn. Aha. Ich würde schwören, hier hinten war ich glaube ich noch nie. Ein Goldblatt? Das habe ich noch nie bekommen, ne? Haa, sie haben so gute Items, ne? Ach, Mensch. Was soll man machen? Weil ich hätte schon gerne etwas zum Heilen. Ein bisschen wenigstens. Also, das können wir nicht wegnehmen. Das ist auch nett. Ah, nehmen wir den Bohulaken weg. War ich schon mal hier hinten? Ich glaube nicht. Jetzt müssen wir das zweimal verschieben, glaube ich. Wenn ich den Knopf treffen würde, könnten wir es auch verschieben. Nochmal. Gut. Ist eigentlich in der Mitte was? Ne, ich glaube nicht, oder? Eine Tür wäre zwar da, aber ich glaube es heißt nichts Spannendes. Ja, lasst mich in Ruhe, bitte. Es ist auch gar... Ah, Combrina ist runtergefallen. Ich habe gerade gedacht, ich sei runtergefallen. Aber... Wir machen mal das... Das Abtei-Schlüsselloch... Schloss auf. Schlüsselloch auf. Aber wir machen das Schloss auf, nicht das Schlüsselloch. Okay. Sieht nicht so gut aus, ne? Das wäre ein sehr langweiliges Kapitel gewesen. Ich weiß nämlich nicht, ob jetzt was kommt oder nicht. Ich glaube schon. Hey, was soll das? Wer wagt es, meine Ruhe zu stören? Das ist der Geist, von dem der Dorfvorsteher geredet hat. Nennt mich nicht Geist. Wie wollt ihr mich etwa rausfahren, oder was? Er kommt ungelegen. Ich plane gerade meinen nächsten Streich. Verschwindet. Hört ihr schwer? Warum verschwindet ihr nicht einfach? Oh ja, ich habe denen gefallen getan, sie in Schweine zu verwandeln. Nicht so aufbrausen. Wieso hast du denn die Leute in Schweine verwandelt? Naja, weil... Das ist doch langweilig, immer diese Finsternis zu leben. Also dachte ich, ich verschaffe denen mal ein spannendes Abenteuer. Da haben sie eben in Schweine verwandelt. Irgendwelche Einwände. Sicher seid ihr hier, um euch zu beschweren. Gut, spielen wir ein wenig. Spielen wir? Ja, können wir spielen. Scan den Typen mal. Hast du da überhaupt ein Treibe? Seltsam. Dieser Cash hat gar nicht in meinem Verzeichnis. Ähnliche Monster werden hier zwar erwähnt, aber dieses Ding nicht. Mag... Wieso weißt du das denn? Maximal KP40, Amgrafsab 4, Einverteidigung 0. Dieses Wohl kann verschiedene Formen annehmen. Vielleicht hat es auch so die Dorfbewohner verwandelt. Was für ein Monster. Ja, was soll man machen? Soll man ein bisschen chargen? Wird schon sagen, oder? Und jetzt kommt mein Angriff. Keine Gnade. Wow. Alter, bist du schnell. Machen wir mal ein bisschen Schaden, ne? Ach. Ja. Gleich unzufrieden sein. Nur weil mein Action-Commando nicht funktioniert hat. Machen wir noch nen Charge. Machen wir noch ne Multikopfnuss. Besser. Viel besser. Komm, wir greifen mal an. Mit Power-Darts. Du bist ziemlich hartnäckig. Da muss ich mir wohl etwas einfallen lassen. Weißt du, dass ich dieses Dörfler in Schweine verwandeln konnte? Zeigt wirklich nur einen Bruchteil meiner Zauberkunst. Das hier habe ich extra für dich reserviert. Nicht schlecht, oder? Was? Meine Zauberkraft so kann? Jetzt musst du gehen. Gegen dich selbst kämpfen. Na, wie stellst du das an? Aua. Ähm. Kann ich den nochmal scannen? Oder was ist jetzt das genau? Ich mein, wenn ich den normal angreife, dürfte ich ihn besiegt haben, ne? Oh, dann Gombrina macht ihn sogar schon fertig. Hahaha. Sowas Dünnes. Nein. Dummes. Boah, Sternpunkte. 15. Wahnsinn. Mit Marius Auchen steht doch was nicht. Du hältst dein Sternjuwel. Oder? Kapitel-Ende. Wir haben aber das Sternjuwel. Nach dem Sieg über den Geist der Spukabtei erhielt Mario das vierte Sternjubil. Der Fluch war gebrochen und die Dörfler bekamen ihre ursprüngliche Gestalt wieder. Der Tag, an dem Mario alle sieben Sternjubil, schien nahe zu sein. Frohen Mutes verließ Mario die Abtei und wandte sich der strahlenden Zukunft zu. Ja, ich möchte gerne speichern. Auf jeden Fall. Oh Mann, große Klappe und nichts dahinter. Auf jeden Fall haben wir das Sternjubil und sollten schleunigst zurück ins Dorf. Wir steuern jetzt ihn hier. Wir haben unsere Items und unsere Orden noch. Aber wir sind jetzt ein Geist. Okay, was genau passiert ist, wissen wir noch nicht so genau. Aber wir haben ja gesehen, dass wahrscheinlich irgendwas mit unserem richtigen Körper passiert ist. Da wir aktuell keinen Partner haben, legen wir andere Orden an. Könntest du da bitte nochmal sortieren? Danke. Nehmen wir einen Verteidiger rein. Und, nö, wer haben wir noch für eins? Ja, nehmen wir einen Multisprung, komm. Ja, gehen wir mal zurück. Folgen wir denen mal. Ich weiß ja nicht, was jetzt kommt, ne? Schwierig zu sagen. Fit sind wir einigermaßen. Wir heilen uns jetzt nochmal. Die Geister kommen auch wieder. Die Frage ist einfach, wo müssen wir jetzt hin? Das wissen wir halt noch nicht so genau. Oh, das dürfte die Musik der Chantryos sein. Hihi, diesmal kriegen wir Mario und schnappen uns die Karte. Mit meiner Superbombe werden wir Mario im Nu schlagen. Oh, ja. Barbara, gib mir die Superbombe. Was? Was soll das, Barbara? Frag doch nicht so blöd. Aber du hattest doch die Bombe gerade noch. Die wichtigsten Sachen lässt du mich doch nie tragen. Willst du mich etwa auf den Arm nehmen, Barbara? Du weißt doch genau, dass du die Bombe hattest. Und nicht ich. Oder willst du überhaupt nicht, ich hätte sie verloren? Aber... Egal. Ich will nichts mehr darüber rühren. Auf jeden Fall hast du sie hier irgendwo verloren. Und bis wir zurückkommen, wirst du sie wiederfinden. Du weißt ja, was hier sonst blüht. Du wirst mich bestrafen. Du tätest also besser daran, sie zu finden. Komm, Roberta. Lassen wir diese alte Trantüte hier. Verstanden. Die arme Barbara. So würde ich auch nicht mit mir umgehen lassen. Ja, Leute. Wir sind Geister-Mario. Wir sind eigentlich noch gar nicht so genau, was abgeht. Aber trotzdem bin ich dem Partner an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Euer EG26. Ciao zum nächsten Mal.